Beinflusst von einer Kaltfront schneidete es nun auf mehreren hohen Bergen Taiwans. Dies ist eigentlich eine Seltenheit. Zwischendurch schön die Sonne. Die Wanderer dort haben einen schönen Blick auf die Schneelandschaft. Auch in der nicht so hoch liegenden Fusho-Shen-Farm hat es geschneit. Auf vielen Bergen Taiwans, wo früher kaum Schnee fiel, hat es in diesem Jahr geschneit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017